Ganz schön schwer, das Bambi. Hergeben wird David Garrett die 2,5 Kilogramm schwere Trophäe trotzdem nicht. Seine Auszeichnung in der Kategorie Classic ist sein ganzer Stolz. Ich habe natürlich im Vorhinein mir Gedanken darüber gemacht, was das eigentlich für mich bedeutet. Und es ist natürlich sehr, sehr schwierig, gerade wenn es so hektisch ist, mal so einen Moment zu finden, in dem man auch so ein Stück weit zurückgucken kann, was man so auch letztes Jahr und die Jahre davor gemacht hat. Aber das ist eigentlich ein schöner Moment, der einen daran erinnert, was alles passiert ist. Und das ist einiges. Mit vier Jahren bekommt er die erste Violine. Heute mit 33 steht er für den perfekten Crossover aus Klassik und Popmusik. Nach zahlreichen Auszeichnungen kommt nun auch das Bambi in die Vitrine. Oder wo wird das Rehkitz zukünftig stehen? Es wird einen sehr schönen Platz bei mir bekommen. Nicht direkt, sehr offensichtlich, aber halt bei ein paar anderen Sachen, die mir auch viel wert sind. Sein Klassik-Bambi hatte der Stargeiger bei der Aftershow-Party gut versteckt, sodass er seinen Triumph unbeschwert feiern konnte.